Diese Zeiten sind wirklich seltsam, ihr seid nun zu Haus. Kein Unterricht, keine AGs, ihr geht kaum noch raus. Doch es ist nicht für immer und bald seid ihr wieder hier und wir bitten euch in der Zwischenzeit, hamstert kein Klopapier. Ihr könntet Lieder übersetzen in Englisch und Latein, rappen auf Französisch, so schwer wird das nicht sein. Jeden Tag 50 Liegestütze und 110 Abs. Geschichtsdaten auswendig lernen, das ist doch ein Klacks. Nochmal Herr der Ringe schauen, das kann bestimmt nicht schaden. Bus und Rücken schwimmen üben, das nächste Mal beim Baden. Große Einmaleins oder quadratische Funktionen oder Wahrscheinlichkeitsrechnung könnte sich vielleicht auch lohnen. Ein Gemälde malen, ohne was zu sehen und alle Gebote auswendig lernen, ich glaube, es waren zehn. Doch es ist nicht für immer und bald seid ihr wieder hier und wir bitten euch in der Zwischenzeit, hamstert kein Klopapier. Schreib doch mal ein Essay in Englisch über Falkland oder nenn doch mal ein Instrument dafür hat man ja jetzt Zeit. Was ist deine Obertüre und was ist dein Dreivierteltakt? Und wieso hat sich nur Van Gogh ein Ohr selbst abgehackt? Wie berechnet man die Drehung bei einem Bottelflip und hat jemand für diesen verrückten Würfel endlich einen Tipp? Kuchen oder Plätzchen backen ist doch auch fast wie Chemie und Regen nur mal suchen hat was von Biologie. Baut für Physik ne Sonnenuhr oder wenigstens ne Skizze oder wandt mal euer Zimmer auf, das fänden eure Eltern Spitzen. Doch es ist nicht für immer und bald seid ihr wieder hier und wir bitten euch in der Zwischenzeit, hamstert kein Klopapier. Bis zum nächsten Mal! Egal! 광ções Wow.